Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Counter-Strike 2 im Peats-Me-Deathmatch-Modus, sag ich jetzt mal. Wir haben nämlich ausschließlich Taser in der Hand und wollen uns damit jetzt gegenseitig auf den Sack gehen. Wir dürfen rausgehen, dass sie benutzen. Wir haben hier auf der neuen Map Pool Day, die jetzt hier gestartet ist. Und Daniel, wir haben es neu starten. Neu Map Pool Day? Ja, ist aber interessant. 3, 2, 1, starte neu. Starten sie neu. Und Taser kaufen, nicht direkt bewegen, dann bewegt sich der da. Ich bin rumgelaufen, die ganze Zeit bin ich neu starten. Also bitte nochmal neu starten, Daniel. Okay. Wait, nochmal? Ja, der hat ja aber nicht allen geklappt. Jetzt geht's. Alle Taser? Yes. Okay, dann geht's los. Unser Battle läuft. Oh was, das ist versaut. Okay, das war nicht so gut. Ja, und der Taser ist natürlich verändert. Der ist innerhalb von einer Sekunde wieder am Start. Eine Sekunde, ist das gut? Was? Ich hab nicht mal so schnell die scheiß Waffe gewechselt. Ah, du Wichser. Motherfucker, ey. Cool, der ist natürlich absolute LAN-Legende. Ach, cool, Digi. Finde ich krass. Das haben wir nie gespielt auf der LAN. Oh, da kommt einer. Also ja, bei dir, bei uns. Nein, nehm ich. Den nehm ich, du Wichser. Nein. Den nehm ich jetzt auch endlich mal, bitte. Oh, das war nicht gut. Oh, ich höre ihn. Ja. Nein, das ist eine absolute Unverschämtheit. Ja, also ich hab den anderen leider nicht gesehen. Jump. Oh, weißt du. Nein, wie hoch du gejumpt bist. Ah, kann man nicht das Wasser tasern? Das sind alle tot. Oh, komm, ey. Nein. Oh, man macht keiner. Kann ich einfach das Wasser tasern und dann ist alles gefickt? Das ist einer. Damals, was ich gerade gesagt hab. Das kam bei JNK. Glaubst du schon, oder? Ja, das Spiel geht laut bei mir. Fuck, ich hab dich doch getroffen, ey. Nein. Mann, Digi, geh doch zu dem anderen. Okay, Mexican Stats off. Ich geh einfach zu dem. Ah, komm, ich war doch viel näher dran. Na, Marsch, ey. Oh, was. Ah, bin ich aber in ihm gespawnt. Zappel. Lächerlich. 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 Was? Mann, das war ich so glücklich. Das ist einfach ein Gott. Das kann nicht wahr sein. Ich bin einfach kacke. Das ist ja alles krank hier wieder schon wieder. Was? Schade, wer braun noch dabei gewesen wäre. Ich versuchten könnte, der ganze Team Peace mit zu töten. Alter, ey, ich fasste aus. Oh nein, hab ich mich erschrocken. Alter, so eine Scheiße. Das kann nicht wahr sein. Der weiß nicht. Der weiß nicht. Der weiß nicht. Alter. Das ist so krank. Das ist so krank. Jetzt hab ich auch mal was abgekriegt hier. Das war eigentlich immer so ein Modus, wo ich merke, du bist dumm im Kopf nach ein paar Sekunden. Ah, scheiße. Ich bin jetzt schon dumm rumgesprungen. Nein, das ist eine Frechheit. Welchen Maps habt ihr denn immer gespielt, Christian Auflan? Nein. Ich hab nicht drauf. Das war ein Match. Bei uns war Pooday und Assault. Das gibt es doch nicht. Warte mal. Fuck! Ja, genau. So Sachen wie Assault, Italy. Was? Warum? Das ist doch ein Witz! Was ist mit Web los, Alter? Ja, ich bin kacke. Das ist los. Ach, kacke. Lol. Wenn man auf dem Ding abspringt, bist du höher. Ja, ne? Nice. Nice. Nice, J. Wurz! Nein! Das macht Spaß. Was? Ich bin so am reinscheißen. Wir haben gleichzeitig geschossen. Ach, Mann, ey. Ich verstehe diesen Taser einfach nicht. Ich spiele jetzt mit Pistole, ja? Peter, du Arsch. Ach, scheiße. Oh mein Gott. Ich war noch nicht gewechselt. Das ist mir scheißegal. Ah! Jetzt bin ich warm. Jetzt ist er weg. Was? Ping, ping, ping. Als ob wir alles daneben haben. Ping, ping, ping. Scheiß. Ping. Ach, komm. Ach, Mann, da kommt da von hinten der dritte, ey. Noch einmal abgesnackt. Das ist auch, ob das nah genug dran war. Das ist wirklich lecker, ey. Na, ping! Kann ich auch so springen? Nein! Von beiden Seiten. Ping! Mann! Yeah. Ich bin in der Mitte! Nein! Putz! 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 Oh. Oh, warte! Oh. 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 What the fuck? Was? Was? Fuck it, ey. Nein, ich hab mich so schnell gewechselt. Alter, das ist echt. Oh, das war zu weit. Heimspiel ist da, Taser. Taser ist wirklich... Weiß ich nicht. Schmutz. Ich bin zu dumm zum Scheißen manchmal. Lass mich raus! Ich komm nicht aus dem Pool raus. Was ist denn da passiert? Ach, komm, ey. Hust dich. Nein, ich hab die Waffe gewext. Hust dich. Ah! Ah, so. Nein, nein, nein. Das ist doch dumm, ey. Mann! Ah. Oh, wer war hinten? Ah, Mann. Nicht zu früh. Nein, schon wieder zu früh. Ah, Jay kann das einfach. Scheiße. Jay, der kann mich mal so reinbaten. Ah, fuck! Was, so wie gerade gegen dich? Oh. Man darf da nicht mehr zurückspringen. Man muss einfach zurücklaufen. Oh, ins Gesicht. Scheiße, ich komm nicht raus. Der Max. Der Max. Der Max. Ja, wenn wir da unten drin sind. Und alle wollen ihn. Nein! Nein! Ich hab schon wieder gewechselt. So ne Scheiße. Scheiße. Nein! Da, 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 da. Was? Ich hab da auch gedrückt. Ich hab gedrückt. Ich bin doch gerade erst gespawnt, du Nubbeli. Arschloch. Nein! Jeder wartet immer um die Ecke. Boah, mein Gott. Was ist denn? Ich krieg's nicht mehr. Oh, Bonuswaffe. Max 7. Oh, nicht mehr die Swag 7. Ich hab, ich hab. Fuck, das war so. Ja, ich verstehe damit auch nicht. Also manchmal hat man das Gefühl, dass man gleichzeitig schießt, aber nicht durchkommt. Ja, ja. Hey, denn. Ah, da! Weg, da! Oh, Scheiße, da war ich zu langsam. Ah, Peter. Mann! Ah, fast das Triple, Mann! Das ist ja ein bisschen insane, Alter. Nein, bin ich nicht. Oh, Glück, ey. Fühlst du nicht gerade voll? Ne, ist Jay. Peter! Ich fühl voll. Wir können mehr. Ich krieg das nicht, wenn du die bist. Ah, komm, ey! Dass der dich getroffen hat. What? Komm, ey! Komm, ey! Ja, komm, ey! Wohin soll ich denn kommen, ey? Mein Taser lebt langsamer. Was soll das? Das war frech. Nein! Nicht vollständig. Ich krieg hier nur noch auf die Schnauze. Kannst du nicht. Ja, Christian, komm näher. Oh mein Gott! Ciao, Jay. Ah, ey, wir haben die beide Abstand, Peter. Wir sind halt beide auch echt kacke. Das ist halt insane! Ach komm, ey, dann kommt er wieder von hin. Ah, der muss sein. Ah, Sam, ich hab dich überholt. Wie? Oh mein Gott. Das ist halt losbär, ey. Das ist halt losbär, ey. Ey, ich krieg voll den schlechten Frame-Golf-Drop. Ich krieg voll den Racer-Drop zum Wasser. Das hab ich nicht. Der Wasser ist halt schon kacke. Läuft halt nicht so nirgendwo. Das ist doch... Ich kann mich hier aufregen, Alter. So, jetzt hier, let's go. Ich war auch drauf! Ach, weil ich... Als ob das jetzt auf Entfernung ging! Ist mit dem Taser eigentlich kein Headshot? Ich glaube nicht, oder? Oh mein Gott. Ah, war bei meiner! War bei meiner! Hol mir mal aus, Headshot. Naja. Das ist einfach Treffer. Ach, komm, ich hab nicht mal die Waffe wechseln. Ja, das ist schlechtes Timing gewesen. Ah, fuck you, ey. Was? Ne, nochmal free gibt's das nicht. Ey, hier, bist du das? Wer ist der von hinten, Chris? Der Terrorist! Ach, komm! Ja, wer ist der Zweifuhr? Ja, dann bin ich wohl der Andere! Weiß ich doch nicht, wie ich aussehe! Ja, was soll ich denn wissen, welcher? Wer ist denn da, Chris, der will in den Kill geben, weil ich einen reingeholt hab? Doch! Du bist... Ne, du bist Peter! Du bist mit dem hässlichen roten Messer. Komm, bleib her, ey. Ich mach dich weg, ja. Ah, Mann! Nein! Das ist schlecht für Peter. Ah, ich... Komm, ey, ich will's... Chris auch noch einen geben. Ach, so Chris! Mann, ich weiß es doch nie! Nein! Peter! Ja, richtig aufholt der Peter. Jedes Mal, wenn ich spawne, kommt Peter. Lass mich doch die Waffe decken. Nein! Alter, Peter, was ist los? Peter ist erster! Was ist das mit dem? Was ist das mit dem? Was ist das nicht? Oh, fuck you, ey. Jetzt krieg ich doch gar keinen mehr hin. Unfassbar. Ja, komm, ey! Was ist los mit dir? Kann ich auch auf den Liegen springen hören? Nee. Du kannst aber einmal über die Mauer da klettern. Hier, spiel den Ball! Ey, da wird ein Ball gespielt! Junge, ey! Boah, Alter! Alter, auf einmal waren alle da. Double-Pacer. Jetzt hab ich Chris den geschenkt. Ja. Scheiße! Nein! Dann muss ich mich übertreiben. Wo ist denn der hier? Ähm... Ah, komm! Fuck you, Alter, wieder. Ich find das scheiße, da in diesen Ecken zu spielen. Scheiße! Waffe wechseln! Nein, daneben! Fuck! Ey, das ist so krank, wie schnell die da teilweise geladen sind. Das war doch voll fein. Ich bin doch gerade erst da! Marsch! Ah, komm! Als er Peter jetzt gewonnen hat? Dein scheiß Ernst? Der eine Run hat ja eigentlich nicht. Ich hab gewonnen. Hä? Wieso hat Peter gewonnen? Alter! Wie, weil ich 100 Punkte mehr habe als du? Du bist 44, 35! Du bist 44, 47! Du bist 44, 47! Wo hast du gewonnen? Ja, ich hab halt mehr Punkte, was soll ich dir sagen? Warum hast du mehr Punkte? Ich hab die einzige positive KD! Vielleicht war der Taser zwischendurch eine Waffe, wo du Doppelpunkte bekommst oder so? Jaaa! Jaaa! Genau! Das ist ja komplett rigged, ey! Also eigentlich müsste Jay gewonnen haben. Da bin ich tatsächlich auf seiner Seite. Das erkenne ich nicht an, den Sieg! Nicht? Never! Ich verstehe, warum er das sagt. Ich verstehe, warum er das sagt. Ich verstehe, warum er das sagt. Aber es ist okay. Ja. Also ich gönne dir ja gerne den Sieg, aber hier an der Stelle, ne. Ich gönne dir das gerne, aber ne. Ne! Come on, Alter! Ich hab genau so viele Kills! Und weniger Tode am Arsch! Daniel, du darfst die Map wechseln. Wir erlauben dir die Map zu wechseln. Oh, ich muss ein Workshop-Download bestätigen. Verweigern. Neue Map, neues Glück. Diesmal mit Low-Gravity. Und das ist eine Workshop-Map. Oh, warte, warte! Wer schießt da? Was war das denn? Die sah genau so aus. Alles ist gottlos an, ne? Sorry. Oh, warte. Gut dafür auch geteilsert. Hey, warte! Entschuldigung! Hey, ihr sind Gesichter, Leute! Ich hab diesen Scheiß-Hu-Leifern gelernt. Hab den... Wo seid ihr, Alter? Wo seid ihr? Sepp, komm live an und mach dich weg. Ja, ich brauch die Kids. Ich bin halt echt kacke im Tasern. Ja, ja. Stopp, stopp, stopp! Seht ihr das Gesicht? Siehst das Gesicht? Siehst das Gesicht? Ja, da! Das ist ein klares Gesicht, oder? Ja, ist okay. Den seh ich auch. Da, dein Gesicht sehe ich auch. Warte mal. Ja, aber das ging nicht mehr im Taser. Das ging nur mit dem Messer. Ich fand das lustig mit dem Gesicht. Oh, warte mal. Das gibt Punkte. Da wird Jay-Z wieder. Was? Das gibt Punkte. Ey, das kannst du gar nicht tasern. Wenn du die Hühler warst, gibt's Punkte. Nee, ich hab das gemessert. Du hast zwölf Punkte. Ja, ist mir scheißegal, was die Punktzahl ist. Am Ende gibt's, wer die meisten Kills hat. Am Arsch, ey. Einen Punkt gab's halt für ein... Ey, Punkte sind schon wichtig. Der wird nach Punkten gemacht, wer hier Erster ist. Ja, schön, dass er da nach Punkten gemacht wird. Das ist wie bei Modern Warfare damals. Je nachdem, wie passt das. Fuck. Nee, nee. Da war halt auch immer so wichtiges, die Bombe zu pläten. Nee, nee. Wichtigste Kills. Wo seid ihr Nubels? Oh, Jay ist nicht voll in der Ecke, Alter. Nein! Und Peter hat einfach abgelacht von Jay, unfassbar. Alter, du, Peter, du, 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 du. Hä? Oh, Peter, was war das denn? Was? Alter, das war richtig kacke. Wofür ist hier eigentlich so ein Low Gravity? Das ist wie schlecht's für hier gerade. Das ist nicht so ein Special Feature. Das ist nicht so ein Special Feature. Alter, in der Mitte, in der Mitte kannst du halt geil... Fuck. Du kannst überall geil jumpen. Ja, aber hier gibt's halt... Also da ist halt keine Höhe so im Gang. Ey, das ist krank, diese Reichweite teilweise, ne? Das ist so lächerlich. Na, bei mir ist die höher als bei dir, ne? Ja, ist safe so. Fuck. Peter, du hast einfach schnell... Bei deinem Taser geht's schneller als meiner. Ja, das auch. Was? Was? Wo kommt der denn her? Wollte ich grad noch bei Jay abledern. Das Huhn kackt ja einfach auf den Boden. Scheiße. Ach, Mann. Da sind so viele Gesichter auf der Map. Was sind denn hier überall Gesichter? Ich hab die noch nicht gefunden. Bullshit. Ey, ich hab die halt noch nicht gefunden. Als ob du die noch nicht gesehen hast. Was? Junge. Warum soll ich lügen? Weiß ich nicht. Da war ja noch einer. Hm. Sof. Das ist schlecht, ey! Mach es! Ja, mach mich endlich! Was das bad? Leg mich doch am Arsch. Okay. Meins war noch nicht ready. Fuck it, ey. Was braucht das Ding denn? Oh, da durch das Fenster durch. Ach, komm mal. Ach, das ist doch... Was macht Zapp denn da grade? Komma! Let's go! Hast Papa gesagt? Nein! Ach, Christian. Christian hat ihn aufgehalten. Killer, ey. Was schießt der denn hier auf die Hühner? Das ist doch! Punkte, Chabal. Du kannst die nicht tasern. Wie schlecht ist das? Aber mich kannst du tasern. Das gibt Punkte. Was? Ey, ich bin doch drauf, Junge! Ja, aber du musst früher drücken. Erstes Gesicht. Hinter dir ist ne Tür. Ja, aber hinter... Da ist trotzdem ein Gesicht. Vorsicht! Da ist trotzdem ein Gesicht. Ich tue euch alle. Wo ist denn hier ein Gesicht, Alter? Hinter dir. Ich weiß. Mach ich auch noch. Versuch das. Nein! Mach ich nicht. Wie, wo ist denn da ein Gesicht? Bist du blind? Ja, scheinbar. Alter, das ist super blind. Wo war's? Wo ist denn hier ein scheiß Gesicht, Alter? Wo denn? Ich komm jetzt zu dir. Das kann ja... Hier hast du gegen Jay gerade gefeitet. Der meint hier mein Gesicht. Da sind die Augen. Du siehst doch da! Nein! Hier! Achso! Leute, hier ist Radar! Das ist doch klar! Das ist doch klar, dass du siehst! Ach, komm! Ach, komm! Ach, komm! Ach, komm! Ah, komm! Ehrenlos! Ich seh da kein Gesicht. Ja, ja, ihr triggert mich hier. Ja gut, das ist unabhängig von irgendwelchen Gesichtern. Das ist ja gelogen. Das sind so kranke Gesichter über auf der Map. Ich hör hier überall jemanden. Ich hör hier überall jemanden. Oh mein Gott, hast du ein Scheiß hier nicht. Boah, der war schön. Wird sogar angezeigt mit R. Ah, komm dann, job der da! Sau! Hier ist doch ein Gesicht! Ha! Sogar zwei, die einen angucken! Ja, guck mal, hier ist Waffen. So. Hast du die Gesichter gesehen, Sepp? Nee, ich seh aber hier meine vor den Gesichtern. Wo ist ein Gesicht? Da! An der Armatur! Oder kommt einer von der Seite? Jay, komm mal mit! Soll ich dir noch ein Gesicht? Fuck you, Sepp. Ja, du hast zu ihm gesagt, komm mal mit! Ah, das sind Gesichter, Leute! Wo? Boah, das ist schlecht, ey! Kommt doch mal her! Hier sind Gesichter, Leute! Maaaannn! Ey, ich bin so bad grade! Ha! Ja, diesmal ist Sepp wirklich am Abräumen. Nein! Da war... Da war noch nicht fertig. Ach, das war Jay, Mist! Na ja, Peter, also... Ich bin so schlecht! Ich bin so schlecht! Alter, wann ist das für ein Scheiß-Nude-Battle gewesen, Jonas? Ich hab alles verloren! Ah, er hat sich wirklich in die Ecke gekämmt! Natürlich! Ich raste aus! Alter! Du bist so blöd, bis du die ganze Zeit hinter mir herrenzt! Ja, da ist das Gesicht! Da! Fuck! Wo? Ich bin doch ein Scheiß-Gesichter! Ja, das hab ich auch gesehen! Das gibt's doch ein paar Mal noch! Scheiße! Das ist geil! Das ist geil! Ich geh ja noch weiter Gesichter suchen! Alter! Das könnte hier auch eins sein! Oder? Aber eher nicht! Ja, eher nicht! Nein! Da! 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 Wo sitzt denn Jay immer? Das Spiel versteckt ihn jetzt hier, oder was? Ich verfolge ihn! Jay sitzt immer irgendwo in der Ecke! Oh, warte mal! Das war nicht so gut! Obelakimbos! Hui! Auf der Erde sind keine Gesichter! Peter, komm noch mal! Das ist eine Raumstation! Scheiße! Ja, sieht doch so aus! Auf der Erde sind keine Gesichter, das ist eine Raumstation? Hä? Hinter dir! Putz! Nein! Putz! Ihr Arschlöcher! Alter! Ich spawn in deinem Weg! Hä? Yo! Alter! Der war nicht schlecht! Okay! Nein! Der war daneben! Fah! Hä? Ich ging fest! Oh! Was soll ihr sein? Wenn du Cooldown hast, ne? Das ist schon scheiße! Oh! War gerade mich an der Rau, Junge! Oh! Ich hab dich nicht gesehen! Scheiße! Das denn? Haben ich auch mal mehr Punkte bekommen, wenn du so eine... so einen Run hast, mit mehreren Filz unseinander! Flügel hast? Keine Ahnung! Dann bist du... Dann hast du ihn in der Luft gekillt! Achso! Ey, das ist krank, dass diese Reichweite da hält! Ja, selbst Dinge gehen auch echt weiter, als unsere, das stimmt! Ja, das sind die T-Dinger! Jay Paprika! Jay Paprika! Ich hab doch gesagt, ich will wechseln! Jay geht auf dem Messer! Was ist das denn? Ja, weil ich schneller bin dann! Deine Mutter! Ja! Komm, die Tactics jetzt! Eiii! Ach, das ist so eine Scheiße! Fuck! Haha! Ja! Genau! Leute, noch ein Gesicht! Ey! Ei! Das war fuck it, ey! Alter, das glottet wirklich hier einen an! Wieso? Guck mal da oben! Wieso? Guck mal hier! Da, wieso ein Insekt? Oder? Ja, mit dem grünen Streifen ans Mund! Ja, ist okay! Schon, ne? Ja, ja! Das haben die absichtlich gemacht! Die haben nur Gesichter hier gemacht! Oh! Hast du mich reingelegt, Alter! Ja, aber weil die halt auch hier sind! So, dass du kommst! Alter! Oh, nicht! Oh, scheiße! Ach komm, ey! Diese Reichweite! Schmutz, 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 schmutz! Bin ich ganz cool? Wir haben doch so Jumpy Jump... Was sag ich doch, Gravity lohnt sich halt richtig hier! Ja! Spieß immer um Boden! Boah! Der war nice, Chris, Alter! Einfach weggedumpft! Willst du mich verarschen? Das ist aber auch geiler! Das klappt dann bestimmt mal! Ah! Du! Weitigen! Wer denn gehört? Jay hockt da in der Ecke! Nein! Jay hockt da immer noch! Hm! Ah, Scheiße! Ah, Peter macht ihn! Ah! Und dann machst du mich! Nee, nee! Das war okay! Nee, nee, nee! Du bist zu gut! Nee, nee! Ich bin... Kann ich hier durch? Nee! Hm, schade! Hm? Wo ist denn der jetzt? Hello, my friend! Wieso scheiße? Sag einfach... Oh, hello, my friend! Ah, die Hühner sind halt meine Freunde! Da zieh ich Energie raus! Boah, wie schlecht die Runde, ey! Punkte, Schmunkte, Alter! Es geht darum, wer die meisten Kills hat! Ja, für dich vielleicht! Ja, für dich vielleicht! Ja, ist halt auch so! Scheiße! Was ist denn Sam los, Alter? Er hat alles! Hello, Gravity! Oh! Das Beste! Oh! Hat er... Alter! Hat er die Streak aber geändert! Er hat er gerissen! Ja! Geendet! Ah! Eventuell habe ich dir wieder Augen gefunden! Ich glaube, du hast auch schon wieder geguckert! Ja, das sind schon... Die haben sogar... Die haben sich sogar die Wimpern gefärbt! Alter! Hey! Hat er mich hier doch angeschissen, ey! Geschossen! Angeschissen! Also, dann hat... Klar, Sepp gewonnen! Ich hatte eigentlich gehofft, der letzte... Ich habe es fünf Sekunden vor Ende gekauft, wollte eigentlich Jay am Ende nochmal damit killen, aber... Für den Rage! Hallo! Ja, Sepp, äh... Nachbunden und damit korrekt gewonnen! Durch, ey! Herzlichen Glückwunsch! Danke, danke! Der hat auch die meisten Kills! Ich habe die meisten Gesichter gefunden auf deinem Web! Ja, es gibt ja nur diese Punkte-Regeln! Die anderen Sachen sind ja egal! Vielen lieben Dank für's Einscheiden! Ach cool, dann kommt wieder welche! Wir haben so viel Spaß wie wir! Bis zum nächsten Mal! Haut rein! Tschaui! Tschüss!